Ich habe eine spinale Muskelatrophie. Ich brauche bei allen Lebenslagen Hilfe. Toilette gehen, essen, trinken, Nase putzen, Kopf jucken. Ich habe im Moment fünfeinhalb Stunden persönliche Assistenz. Und das ist zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig. Sie sind die Teilhabe! Sie sind die Teilhabe! Sie sind die Teilhabe! Ich weiß es nicht, wie es mir gerade geht. Weißt du nicht? Emotional ist es nicht so schön? Ich gebe zu, dass unser Auftritt in Ihnen gegenüber nicht angemessen war. Entschuldige mich in aller Form. Also der Vergleich sieht so aus, dass ich meine beantragten 18 Stunden und noch ein bisschen bekomme am Tag. Also ich kann dann trinken, wenn wir danach essen und nicht, wenn der nächste Toilettengang ansteht. Wichtig ist, dass wir eine Sichtbarkeit erzeugen und auch den Handlungspersonen vor Ort zeigen, dass ihr Handeln nicht ohne Konsequenz bleibt. Und ich empfehle wirklich jedem, nicht so lange zu warten wie ich, drei Jahre, sondern vielleicht schon im Widerspruch eine Kampagne einzurichten und schon früh anzufangen, zu kämpfen, weil dann kann ganz, ganz viel Leid erspart werden. Tschüss so gut! Bis zum nächsten Mal Czykfunk. Untertitelung des ZDF, 2020